Die beiden Bretter weiter vor, da, vor dem der Freckel steht. Ihr beiden, du ziehst mal die vom Nico, bitte, geh mal da hoch und zieh mal die vom Nico an. So, jetzt gehst du so weit vor, Freckel, wie du kannst. Du ziehst jetzt diese, der... Du musst nur auf den Bug gehen, Freddy, dann geht's. Ja, ich bin auf dem Weg. Du wartest da oben, Nico. Okay, ich lasse mal die anderen zwei rücken. Du sollst die anziehen. Die hier? Nein, die da. Einer? Ja, wir haben ja drei. Ich fahr jetzt eine. Und dann mach ich auch. Freddy kriegt gleich nach der Füße. Freddy hat schon nach der Füße. Ja. Und dann mach ich... Ist das Wasser eigentlich kalt? Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ist noch nicht drin in den Schuhen? Nein. Ich hab nur so neun Zentimeter, das ist voll geil. Das neigt sie an. Ich hab nicht mitgedacht. Ich hab meine auch rausgetraben. Ich find sie nämlich nicht. Hast du dran gedacht? Nee. Ich glaub aber, die sind auch bei meinem Vater. Die sind dann schon wieder daheim. Renn, Marius. Ähm. Beim Reinkommen, Marius. Marius. Beim Reinkommen wird das Wasser noch höher stehen. Da ruderst du hier rein und steigst da auf dem Gras aus, falls ich nicht da bin. Ich sag euch noch genau, wie es geht. Weil da vorne ist ein Stahlseil. Und da müssen wir... Du gehst jetzt ganz langsam da rüber. Warte mal, ich komm mal zu dir. Nee, nee, brauchst du nicht. Du musst ihm die Schuhe abnehmen. Die Schuhe sind wieder schick. Das macht doch nix. Los, lauf. Bis zu dem Brett kannst du so laufen. Und weil der Marius große Blätter fährt. Oder? Fährt der große Blätter? Nö. Noch nicht. Im Moment nicht. Oh scheiße, ja, das Wasser ist kalt. Helena, wo hast du eigentlich meine Flasche hin? Eww, Marius. Hallo, halt, du musst die Stiefel mitnehmen. Die Hände hast du noch drinnen. Ich gehe jetzt erst mal ausknoten. Außerdem sind meine Füße nass. Oder sie. Ja, Marius hat mir eben eine Welle reingekickt. So, jetzt haben wir ja eigentlich nur ein Problem, wie wir einen von euch beiden da reinkriegen. Ehm, Nico? Ich verstehe.